So Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu der Folge von StarCraft 2. Wir machen weiter mit Xil. Wie ich es jetzt mal schon gesagt habe. Nicht lang schnacken, los geht's. Dieses Ort ist ein Morg. Was immer, die in diesen Ruinen lebte, lebte und lebte Millionen Jahre vor. Bevor sie zu verletzten, die Mobius-Team reportierte Artifakt-Radiation, aus dem großen, alten Hunker-Rock über yonder. Sie brachten einen großen, verdammten Laser-Drill, um den Weg in zu verletzten. Laser-Drill? Das Ding ist ein Monster. Wenn das Mobius-Team hat zu diesem Artikel, muss ich denken, was sie ausmacht hätte. Ich denke, wir werden es bald genug finden, Partner. Äh, okay. Wenn sie den Laser-Bohrer kontrollieren. Okay, verstehe ich nicht, aber gut. Schau dir die Körner, Jungs. Wir wissen nicht, wer dieses Ort auskontakt hat. Okay, das ist mal wieder so ein bisschen, wir einfach nur... ... uns durcharbeiten müssen. Oh, 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 oh. The Mysteries of this place are forbidden. You will pay for your transgressions with your lives. Okay. At least we know what happened to the other expedition. ich verstehe ich verstehe das heil auch nichts funktioniert irgendwie nicht richtig und ich würde schon bald wir kommen ja nicht lang lalala leichen na gut also ich bin hier ich dachte jetzt ja gut dadurch dass ich jetzt natürlich nur so wenig einhandel ab muss es ja klappen sage ich mal genau die waren immer geil in teil 1 auch die konnten nämlich schön auch umfahren aber wenn sie das haben kann die dicke kanone ja schon gemacht kumpel ich hatte eigentlich vor mich auch oh scheiße da kommt wohl noch einer in der panik erst mal hier okay biologische einheiten ergibt irgendwie so dann gehen wir mal weiter aber ist gut dass wir auch mal wieder so eine mission haben muss ja nicht unbedingt um eine abbauen und so geht sondern so wirklich sich vorarbeiten ich kann mir vorstellen dass die mission mit dem mit dem entschlüsselungsexperten da aus funktioniert nevermind mobile space local net access decrypting security overrides transfer and control of base structures to you commander fire it up 174 gigawatts the power of the sun at your fingertips get it into that door and let's get cut laser output is good drilling will take some time but there's no other way into the temple sir the tower in mobilizing the forces against us so we set a perimeter in protected drill until we're through just glad we've got see tags okay da soll ich belagerung panzer hinbauen danke ist der tutorial okay oh man komm mal die wb ich finde die wb fs können die er oder reparieren schauen sie sich sehr nahe hat den bitte höher der laserbohrung muss intakt bleiben oh gott okay die problematik ist die problematik we got no chance a claim in the artifact without it ja gar mal angezeigt hier was das denn scv ready erst mal upgrade ich würde jetzt gerne warte mal was sind hier was kaserne tech labor bauen auf jeden fall hey krieg ich panzer raus okay wunderbar dann so right man ist to access what's left of the mobius expedition sensor net i'll router through your maps you can see what the tower dream erupt so komplett was auch immer arbeitet feuer geht ist noch in der mache naja okay Also zwei Panzer will ich noch mindestens bauen, ne? Außer gründen. Na okay, es geht einigermaßen. Na ja, ein zehntel aber gleich schon. Über 100.000 Leben hat die Tür. Wie war das hier auch, wie es da? Da geht es dann rein. Okay. Dö, 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 dö. Ja, okay. Mega spannend als erwartet. Ich freue mich noch mal so ein paar Plep-Einheiten. Wobei hier auch gleich Versorgungs-Depos gebaut werden müssen. Wenn ich nicht genug Zeugleiter habe. Ich werde schon bei den nächsten in Auftrag geben so. Das ist ja warum wir so einen Mangel hier haben. Mangelerscheinungen. Ach ja. Na ja. Ich werde auch mal immer ein Beordern wieder. Auch mal ganz nett, dass ihr das immer schon gestellt bekommt tatsächlich. Finde ich. Äh. Einem Panzer bauen? Ja, wäre schön. Einen will ich auf jeden Fall noch. Und dann... Ein paar andere Einheiten, denke ich. Die finde ich halt auch nice. Die Cobras. Ja, die sind wahrscheinlich eher so für den Angriff geil. Wir können ja mal hier... Ach, pfuh. Entschuldigung. Ähm. Ein paar BBS. Was schneller geht. Äh. Wir können ja auch irgendwie mal so einen Turm wahrscheinlich bauen, ne? Die genau entferne Turm, Sensor-Turm. Sowieso so viele Sachen, die ich noch nie benutzt habe. Maschinen-Doc. War ich schon, oder? SCB ready. Ich bin wirklich ein Veteran. Ja, nein. Na doch. Ja, ja, doch. Äh. Das haben wir bei fortgeschrittenem Gebäude. Seltener Quartier, Waffenlager, Fabrik. SCB ready. Ach, was weiß ich. Warum war das nicht hier? Mann, da kommt es schon an, gibt der Hände hier. Ah, nichts in der Hand. Ha. Ich bin nicht. Oh, Arbeit, Arbeit. Du sollst auch arbeiten. Alle sollen arbeiten. Bitte. Bitte. Oh, oh. Na, dein Panzer saugen nicht klappt, das gut. Oh, oh. Oh, oh. SCB ready. In the rear with the gear. Hier, ich mach mal. Ich glaube, ich schicke mal WBF zur Hände, mit dem wir schön wieder hochheilen. Aber das ist gar nichts verkehrt. Eigentlich noch. Wird dabei. Ach komm, ich brauche noch mal zwei Panzer. Warum nicht? Da noch ein paar Koliaths. Not enough minerals. Not enough minerals. Ein paar Plep-Einheiten. Na, Plep-Einheiten. Wie sie geil sind, weiß ich nicht. Was ist passiert? Du bist fertig, glaube ich, mit der Reihen, oder? Ja. Schil mal. Dann baue ich die irgendwie nochmal so ein bisschen hier in die Panzer, glaube ich. So näher an dem Bohrer, falls sie tatsächlich bis dahin kommen. Wovon ich eigentlich nicht ausgehe, dass es passieren wird. Das wird das, was für die Gäste gehört. Das wird nicht geboren, meine Unfaithful. so dass er kann man muss dann die chance am giving you manual control der laser drill sieht wie genüßet against the protoss okay all right you heard the man swing that laser around we can use it to drive back to the protoss ah dann hören man zu greifen was ach so ich kann so ein bisschen hier oh fett alter noch mal ja genau machen wir die tür weiter so lange den bitte auch okay sehr gut macht die tür weiter gut dass er automatisch die tür weiter macht wenn dann ist ja cool soweit nein warte gerade ich habe gerade so im reflex wieder a gedrückt oh gott das wollte ich nicht das war ein fehler ich wusste auch gar nicht ich hab es halt gesehen aber ich wusste nicht mehr wie ich gerade abbrechen soll oh gott ja okay kann passieren bauen wir noch einen panzer ups naja geil ich hab noch mal deinen panzer weg oh nein die kommen schon durch hier die kriegen das aber auch kaputt ne das ist nicht ich habe beide wieder hoch hier doch wunderbar panzer äh der fette turm ist halt schön auch was machen ja komm kommst du raus danke schön freut mich jetzt sollte ich vielleicht noch ein bisschen so platzieren dass sie auch mal irgendwie was angreifen können im zweifel mal gehen wir mal so ein bisschen hier hin gehen wir mal so ein bisschen hier hin aber wie lange der panzer einfach brauche hilfe ja gut weil sie die versorgungslipos fäden nehmen deswegen hat es gerade angefangen glaube ich aber wenn ich drei stück noch baue dann habe ich genau richtig viel arbeiter dann ja war der bumm war der komische morgen was angeschissen ja ja ach kein scheiß ok ja ja drücken muss ein bisschen weird dass ich nicht meine angriffstaste habe oder kann dann doch einfach ja ok ich kann auch einfach rechts drücken wenn ich das anweset so zack 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 das ding ist gepanzert die scheiße also im positiven sinne du musst die glaube ich mal kurz aufräumen von dir kommt gerade nichts ok ok super ihr macht das super leute nein nein alter wirklich reflexartig drück ich immer a dabei jetzt oh Junge ich muss weg von dieser taste oh zum luker mich jetzt nicht aufgespreng gerade schon wieder hä nein hör doch auf warum machst du das ich hab abgebrochen ich hab abgebrochen was war das denn jetzt wieso machst du warum ich hab doch ey dieses dreck spiel manchmal geh mir noch nicht hä nein hör doch auf ich deute überhaupt nichts der greift jetzt einfach permanent meine leute an du dummer spacken man ich mach jetzt gar nichts mehr mit dem laser verdammte scheiße meine fresse meine fresse was ist das denn ich hab nicht mal a gedrückt der hat einfach diesen hässlichen bastard anvisiert oh ich hab so keinen bock mehr auf leben momentan man ich seh mir alles auf den sack gerade alter das ist ein wilder spiel hier finde ich Brot ausgeliebte meine fresse ey ist das ein quatsch jetzt insuffisierte das ist ja deine mutter ja deine mutter beim ersten mal war es noch lustig aber wenn er dann einfach ich drücken ich hab nicht mal a gedrückt als ich den anvisiert hab hier und dann geht einfach dieser hässliche laser da drauf ich kann es doch nicht abbrechen wenn einmal der befehl da ist dann ist halt feierabend ist das bescheuert meine fresse okay wir versuchen uns noch mal was k 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 Meine Fresse... Hier spielstresst mich halt so hart, ne? Oh, das ist alles dumm. Also wenig wie es Pingas. Hab ne Idee. Ne Idee, ich baue einfach noch ein Ding, das war meine Idee. Wo ist das? Da ist die Daffin Dreh. Die Scheiße, die sollen hier, dafür genommen habt ihr egal. Na, da ist auch schon wieder welche. Nett, dass sie gerade stehen bleiben auf jeden Fall. Warum geist sie mir jetzt nicht an? Das verstehe ich doch auch schon wieder nicht. Dieser Laser ist einfach verbuggt des Todes. So, jetzt fasst ich den gar nicht mehr an hier. SCV bereit. Äh, hier ist ja keine... Was ist passiert? Ja, egal. Schade News? Schade News? Go ahead. So. Ja, das sind nur Clapses. Wieso geht das jetzt gar nicht? Wieso geht das jetzt gar nicht? Cool. Ich bin in der Rear, mit der Geer. Du bist der Boss. Ich sah in Ugan. Und dann schicken wir Jungen hin. Was ist passiert? Wir sind nicht mehr gebaut hier. Ja, danke. Ich möchte mich gerne... ...die Art Fakta holen. Oder es zumindest mal versuchen. Hm. Ähm... Joa. Und jetzt? Ja, was soll ich jetzt hier machen? Ach. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ich hab ja gar nicht, was hier passiert. Ich muss jetzt aufsprengen, gell? Bader Buben. Lalalalala. Dauert leider ein bisschen. Sehr schön. So, dann sprengen wir die nächsten auf hier direkt. Ach so. Die müssen erstmal hin, okay. Dann sammelt mal. Wobei ihr jetzt hier macht es schon wieder. Oh Gott, jetzt geben wir die ganzen Mineral Fields ihren Geist auf. Was ist auf deinem Geist? Guck dir auch mal mit, ganz ehrlich. Wer war so? Na, jetzt haben die auch wieder angedanzt. Ja, das hab ich wieder falsch gedrückt fast. Ich warte. Okay. Was ist der Plan? Ich mag es. Lalalala. Wie devious. Geist es. Wir sind in der Wahl. Die Flucht ist in der Nähe. Wir sind in der Schöpfer, Gäste. Okay, alles gut, hier hinten. Du Scheiße, Alter. Was ist denn hier... Was ist denn hier los? Seid ihr komplett... Ich bin auch viel zu weit nach oben gerannt. Hä, wie komme ich denn... Hä? Ach, da unten? Ja, okay, wenn man halt dumm wie Scheiße ist, so wie ich, dann ist das natürlich ein Problem. Meine Fresse. Was ist denn dumm von mir? Okay, ich sei gerade so rausgekommen, so wie ein Wunder. So. Jetzt baller den Scheiß bitte auf. Ich war jetzt voll gedrungen längst vorbei, aber ich will einfach... Gerade das noch aufmachen, damit ich Bescheid weiß das nächste Mal. Beziehungsweise die nochmal eben schnell sammeln. Auf den Mineral Fields ja, den Geist aufgeben ist nicht so geil, aber... Ich denke das geht. Machen wir eben schnell den weg. Danke. So. Hey, wieso könntest du noch so wenig daran arbeiten? Das verstehe ich nicht. Ja, weil der ist sogleich voll ist. Er hat keine Ahnung. Es ist mir auch egal. Ich habe eh genug Zeug, glaube ich, jetzt für den Rest. Jetzt habe ich wieder wen angegriffen. Du sollst das nicht machen, Mann. Ich hasse das. Ey, das ist so eine dumme Steuerung. Das ist so eine dumme Steuerung. Na egal. Ich schaffe es trotzdem. Ah, gut. Ich höre jetzt auf auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall alle drei Dinger geschafft. So schön. Schön neu. So. Oh, jetzt noch... Hier, mach mal, mach mal sauber hier. Ich glaube, die reparieren jetzt automatisch, oder? Ja. Gut. Ich speichere jetzt. Und hör auf. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.